Auf den ersten Blick zieht Thomas Wolf nur einen gewöhnlichen Rollkoffer hinter sich her. Doch spätestens an der nächsten Treppe bewegt er den Koffer auf ungewöhnliche Weise. Anstatt das Gepäckstück zu tragen, zieht er daran. Dabei hilft ein Mechanismus, der an der Rückseite des Koffers versteckt ist. Bewegt Thomas Wolf den Griff, fahren am Boden zwei zusätzliche Rollen aus. Und mit ihrer Hilfe lässt sich die Last leichter nach oben wuchten. Also der Koffer hat ein normales Gewicht von 20 Kilo. Ich kann das ja mal demonstrieren. Mit der Erfindung ist es möglich, mit der halben Gewichtskraft von 20 Kilo, sprich mit 10 Kilo, den Koffer nach oben zu bewegen. Das Ausfahren des Griffes führt zur Formel doppelter Weg bei halber Zugkraft. Die Idee folgt dem Prinzip des Flaschenzugs. Wolf will die Erfindung nun verkaufen. Wir können uns vorstellen, dass man sowas an Kofferhersteller anbieten kann und die das mit in die Produktion aufnehmen. Weil die Rollen, das ist ja auch noch keine alte Erfindung, die gibt es gerade mal nach 20 Jahren. Und das wäre ein Stück Weiterentwicklung zu der Rolle und zu dem Trolley. Die Idee entstand auf einer Reise nach China. Weil Thomas Wolf dort Rolltreppen vermisste, entwickelte er gemeinsam mit seinem Vater den Kofferheber. Und das wäre eine Rolle. Denn es wäre ein Stück weit, dass man hier die Erfindung hat. Und das wäre das Stück weit, dass du das Stück weit über Sachsen mélangiersteller anbieten kann, sagen wir, wenn du das Stück weit über nimmst, die ihr zuerst. Und das wäre doch schon ein Stück weit übernahm.